Hallo und willkommen zu SynchroTime. Heute werden wir das kleine Schränkchen was an der Seite hinkommt bauen. Das werden wir aus ganz normalen Kanthölzern machen und wie immer aus den Brettern. Wie wir das machen seht ihr jetzt. Viel Spaß! Musik 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 So, die linke Seite haben wir fertig gemacht. Die rechte Seite werden wir jetzt mit dem Kanthölzer machen. Und weiter geht's. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, die beiden Seitenwände sind nun fertig. Als nächstes wollen wir eine Schublade hier oben einbauen. Dafür haben wir von AC Beschläge Teleskopschienen bestellt mit Push-to-Open. Die werden wir einmal hier und auf der anderen Seite befestigen. Und dann kommt hier oben die Schublade raus. Die bauen wir jetzt als nächstes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind fertig. Wie ihr sehen könnt, steht der halbe Schritt schon. Den werden wir nächstes Mal weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dabei und guckt das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.